Tag, Heinz. Na, dich hab ich ja lange nicht mehr gesehen. Nee. Grüß dich. Ja, ja. Kennst du mich noch? Ich hab noch hier oben gewohnt. Ja. Ja. Jetzt haben wir jetzt dann immer noch Uhren? Ja. Ja? Ja. Ich hab jetzt gerade keine dabei. Ich hab auch gerade überhaupt keine an. Wo ist denn für eine? Zuhause hab ich eine. Wo ist denn für eine zuhause? Ist eine Damenuhr. Ja. Eine goldene. Woher kommst du jetzt? Ja. Weiß nicht, vielleicht nix wo nächste Woche mal. Ich weiß ja, im Altersheim bist du ja, ne? Ja. Da komm ich mal vorbei. Sieben, sieben Jahre. Was ist denn du? Das ist eine Kamera. Wie denn denn er? Ja, ich wollt mal hier ein bisschen Wasserturm filmen. Ja? Das kann man sich nachher im Fernsehen angucken. Du hast denn auch eine Uhr? Ja, die sind von der Fakurhau. Die, die, die nennt ich gerade immer. Hä? Die? Ja. Die kenn ich noch nicht eins. Letztes Mal, wo ich sie getroffen hab, war es eine andere gehabt. Hm. Ah, die ist neu, hä? Ja. Da wollte ich heute wieder gerne. Wie es Heimanns-Fest war. Ja? Da hat er es auf den Tisch hingelegt und fällt glaub um. Und er ist oben ab die Torosche. Na ja. Aber es ist schön, geht noch. Da sei. Der Halbfeld, guck mal. Die Uhr ist von der Gefahren. Er ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das macht ja nix, oder? Ja, wie soll ich das sein? Dann glaub ich es nicht. Wenn Heinz auf der Freitag wohne die Uhr kriegt. Genau. Ich hab dir auch einen aufgehoben, Heinz. Ja? Ja. Die bring ich dir dann mal vorbei. Ist zwar eine Damenuhr, aber das macht ja nix. Nein. Aber ist ja egal. Glaube ich. Hm. Hä? Wo ist deine Schachtel? Eine Schachtel? Ja. Nee. Habe ich jetzt gerade keine, Heinz. Für eine Brille, meine ich. Für eine Brille? Ja. Kann ich mal sehen. Vielleicht hab ich zuhause noch eine. Ja? Ja. Das ist doch du für ihn. Das ist mit einer Brille. Haben die schon lange? Ja, die hab ich schon lange. Ach, seit der Konfirmation schon. Ja? Ja. Ich hab ihn ganz lange. Moin am 13. Weiß nicht, vielleicht Montag. Moinens, Moinens, Moinens. Moinens, Montag, ja. Moinens Nikolaus. Ja, stimmt. Genau. Da wollen wir auch mal rumgehen. Genau. Da wollen wir noch mit dem ersten November, ne? Der November, morgen ist der 6. November. 6. Ja. Heute ist der 5. 5. Ja. 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 Dann bringst du's doch halt um, dann stoppst du doch halt um. Dann stopp ich's mir mal in die Kippe, ja? Hä? Dann stopp ich's mir mal in die Kippe. Ja. 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 Ja, mach ich, Heinz. Ja. Ja. Da wünsch ich dir noch einen schönen Weg, ne? Schönen Tag. Ach. Ich geh jetzt, kommst du, gehst du auch hier runter jetzt? Ich geh jetzt hier runter. Ja. Ja. Ach, das ist die Schneeschauer, ne? Ja. 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 Und das nächste Mal, wenn ich dich sehe, dann geb ich's dir vielleicht. Dann geb ich's mir doch mal mit dir. Mal mit dir. Ja? Ja. Ja. Dann mag ich doch so. Ja. Heinz. Mach's gut. Ja. Die da. Ja, dir auch. Danke. Ach, gehst du auch hier runter? So. Tipptapp. Tipptapp. Glücklich, dass der Heinz da kommt. Da kommt drauf. Du weißt, dass der Heinz da kommt. Ja. Dann mag's doch das mal. Ja. Dann mag's doch mega, dass immer. Dann mag's doch mal weiter. Ja. Ja, finde ich schon schön sind da. Ja.